According to Istanbul 1, 2, 3 는데요 So, 19.20 Uhr Wir sind sicher in Bangkok gelandet So, jetzt gibt es die versprochene Roomtour unserer Grand Executive Suite im Avani Atrium in Bangkok. Wir fangen hier vorne an im Flur. Wenn wir dann hier die erste Tür durchgehen, kommen wir in das Schlafzimmer mit herrlichem Blick über die ganze Stadt. Ihr seht es hier, da sind die großen Fenster mit Blick über Bangkok. Wenn wir hier vorne links den Gang lang gehen, kommen wir ins Badezimmer. Wir gehen aber hier einmal rechts weiter, kommen dann ins große Wohnzimmer. Ihr seht es hier, herrliche Sitzecke auch wieder mit Fenstern und Blick über ganz Bangkok. Da gibt es einen kleinen Fernseher noch. Dann gehen wir hier noch ein Stückchen weiter, da kommen wir ins große Esszimmer. Ihr seht hier einmal den Tisch mit Stühlen. Da hinten gibt es eine kleine Pantryküche mit Kaffeemaschine, Mikrowelle und allem was dazugehört. Alles in allem ist das Ding hier ca. 120 Quadratmeter groß. Es ist eine richtig geile Suite. Ich sag einen vielleichten Minute star in der Mittelikation. Wird ein bisschen đây... Hö addiert... Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist jetzt also das Butch à la Rab, das ich bis jetzt nur von der Kaffeetasse in meiner Küche kannte. Boem 777 von Emirates.